Ja, willkommen zurück. Let's play Minecraft. Wir, oder beziehungsweise, wir liegen und schlafen. Wir haben in der letzten Folge die... Du kannst nur Nacht schlafen. Ja, es wird doch Nacht, verdammt. Erstmal die Tür zumachen. Ähm, ja, wir haben in der letzten Folge die Eisenbarren und die Goldbarren sind wir im Ofen am Brennen. Und, ähm, ja, das werden wir weitermachen. Und wir werden heute, glaube ich, denke ich mal, anfangen, ein wenig, ähm, unser Haus zu erweitern. Und dazu brauchen wir natürlich jede Menge Steine und alles. Da haben wir noch genug. Wir haben auch noch Holz. Wir werden, denke ich mal, den Anbau werden wir, glaube ich, aus Holz machen. Dazu werde ich mir aber diese... Ja, ich muss mal schauen. Vielleicht aber auch... Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir erstmal einreißen. Jede Menge einreißen. Das heißt, wir brauchen die Tür, müssen wir auch wegarbeiten. Die Fenster leider müssen auch verschwinden. Oder ich werde einfach hier den Anbau setzen. Wir machen einfach hier mal den Anbau. Wir werden den einfach mal hier hinsetzen, dass der von hier weitergeht. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, wie ich das mache. Ich werde mal die Platte entfernen. Die kann man ja mal aufnehmen wieder. Zack. Die Tür nehmen wir auch wieder mit. So. Hey Mann, das macht voll wieder Spaß, hier Minecraft wieder zu spielen. Das ist total geil. Das ist so cool. So. Das muss auch noch weg. Sehr schön. So, ich denke mir, dass ich, wie gesagt, den Anbau in diese Richtung machen werde. Dazu muss das ja erstmal weg alles. Und ich bin auch kein, ja nicht kein Freund, aber ich würde gerne bei dem Let's Play immer in diesem Überlebensmodus bleiben und nicht halt in den, ja wie schimpft sich das, in den Creator-Modus gehen. Sondern ich möchte doch schon gerne das selbst alles so ein bisschen erarbeiten und nicht irgendwie hier, ja mogeln kann man ja nicht sagen. Man macht sich ja, man macht sich ja damit nur so ein bisschen Hilfe. So. Das muss auch weg. Das auch. Das auch. So. Ich glaube, wir werden nochmal ein wenig in die Richtung auch gehen. Vielleicht werde ich auch ein bisschen breiter hier werden. Sondern dass der Anbau dann so geht. So, so. Ja, das, ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, dass der Anbau so in die Richtung geht. Weil dann haben wir noch viel, viel mehr Platz. Ja, oder soll ich den Anbau hier hinsetzen? Aber das Fenster, ich würde das Fenster gerne lassen dafür, das Schlafzimmer. Haben wir hier was in der Kiste drin? Ah, Red Snow und alles. Und hier ist noch die, die Steinhacke. Können wir auf jeden Fall schon mal die Kiste abreißen unten. So. Genau. Das können wir da drin, das können wir eigentlich auch schon mitnehmen. Dann können wir die Truhe auch schon abreißen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir extra ein, vielleicht einen Raum machen, nur mit Truhen, dass die da nicht so wild durcheinander hängen. Ich weiß, viele machen das so, die beschreiben sich diese Kisten, aber ich glaube, ich brauche das nicht. Ich gucke da einfach in die Kisten rein und weiß nicht, was da drin ist. Na. So. Genau, sehr schön. Hier ist noch eine Druckplatte, die nehmen wir noch mit. Die brauchen wir ja für die Tür. Der eine Ofen ist fertig, ne? Ja, genau. Nehmen wir das natürlich auch noch mit. So. Der Ofen kann dann schon mal wieder mitgenommen werden. Die Werkbank natürlich auch. Sehr schön. So. Und der andere Ofen ist noch voll im Gange, ne? Genau. So. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal Steine. Müssen wahrscheinlich auch noch ein paar Steine organisieren. Werde ich mir mal, oder vermute ich mal, weil das wird nicht reichen. Denke ich mal. Oder wir machen aus... Steinblöcke kann man ja auch erstellen. Ich bin auch noch mal überlegen, ob wir das so machen. Müssen wir mal schauen. So. Im Moment ist es natürlich schon sehr voll jetzt damit. Aber ich möchte erstmal nur so den Rand des Anbaus... Na. Was war das denn bitte? Ich glaub's ja wohl. So. Also einmal hier hin, einmal hier hin. Und hier ist schon... Das können wir eigentlich zumachen. Das ist eigentlich nur... Das können wir eigentlich verschließen. So. Denn... Da gehen wir sowieso nicht runter eigentlich im Prinzip. Hallo? Darf nur nicht da drunter bauen, weil sonst wäre es echt... Hallo? Sonst wäre es echt schlecht. Also da jetzt einen Keller reinbauen, wäre uncool. So. Müssen wir mal schauen. Da müssen wir sowieso die Bodenplatten noch legen, verlegen. Das Laminat. Das Laminat verlegen. Boah, das wird ein Riesenanbau. Voll... Voll gar nicht übertrieben. Aber naja, egal. Wir haben's ja. Wir haben ja Zeit. Es läuft ja nichts weg. So. Aber so ungefähr... Stell ich mir das vor... ...dass es so ungefähr so riesig wird. Ha! Ich mach euch richtig Konkurrenz da hinten. Werdet ihr schon sehen. So. Ich glaub, das würde ich auch zumachen. Genau. So. Genau, richtig. Dann geht das hier weiter. Blubb. Das werde ich auch schließen. Zumindest so. Weil wir können ja auch noch da hinten an der Treppe runterbauen. So. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich glaub, ich werde das hier mal nochmal abändern. Damit das ungefähr passt. Oh. Da ist schon die erste Schaufel von uns gegangen. Aber wir haben ja genug parat. Sagen wir mal so. So. Jetzt mal schauen. Also. Jetzt werde ich jetzt mal hier den Boden weiterbauen. Damit da kein Loch entsteht. Da müssen wir hin, ne? So. Schaufel. Dann. So. Also. Da ein hin. Und hier hin. Sehr schön. Die nehmen wir wieder mit. Und dann bauen wir das erstmal nach hier. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. So. Jetzt bin ich echt am überlegen, ob. Aber ich hab jetzt gedacht, da steht jemand. Ich hab schon voll die Paras. Ob wir vielleicht hier noch ein bisschen weiter. Aber das ist wieder mit dem Fenster so dumm. Und hier ist die Höhle. Kann man so ein bisschen so einen Rand hinbauen. Damit ich da nicht runterfalle. Weil ich seh's nämlich jetzt schon kommen. Ich würde da definitiv runterfallen. So. Das kann von mir aus auch so die Höhe behalten. Dann. Dann werden wir uns hier einen Höhleneingang bauen. Ähm. Ja. Oder auch nicht. Wir sind mal. Ich bin aber von woanders rausgekommen, ne? Es war doch. Von wo war denn der. War das hier? Nee. Wo war das denn? Von wo bin ich denn. Von wo bin ich denn in der letzten Folge. In der. 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 In der letzten Folge rausgekommen. Hier war das, oder? Nee. Von irgendwo anders bin ich glaube ich rausgekommen. Weil ich glaube wir hatten mehrere Eingänge. War das nicht so? Na du. Kleines Pferdchen. Hatten wir nicht noch einen anderen Höhleneingang? Ia. 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 Entschuldigung. Muss sein. Ich hab Hunger. So. Ich bin mir gar nicht mehr so. Oder war hier noch was? Das sieht doch nach einem Höhlen, oder? Nee. Hä? Sind wir nicht von hier irgendwo gekommen? Ist auch nochmal Cola am liegen? Oder hier vielleicht? Nee auch nicht. Hä? Verdammt. Ich meine wir hätten eigentlich noch einen Eingang gehabt. Gut. Gut. Dann werden wir versuchen mal hier vielleicht runter zu graben demnächst. Und äh. Oder ansonsten machen wir es einfach so. Wir graben uns einfach hier gerade runter. Weil hier ist ja die Höhle eigentlich. Oder war das? Ach. Hier war das. Hier war der Eingang. Ja. Hier war der Eingang. Okay. Dann machen wir das doch so. Hier kommt man runter, ne? Genau. Da machen wir uns doch hier einfach so eine kleine Stufe hin. So. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir hier den Eingang haben. Genau. Dann machen wir vielleicht noch Fackel. Habe ich jetzt Fackel noch mit? Ja, die habe ich noch mit dabei. Sehr schön. Dumm, 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 dumm. Dann machen wir uns hier vielleicht so ein paar Fackeln. Damit wir ungefähr wissen. Ah, hier ist der Höhleingang. Damit wir es nicht vergessen. So. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Ah. Voll übertrieben. So. Genau. Dann wissen wir das. So. Dann können wir nämlich das da hinten zumachen. Und wir da kein Terz haben, dass wir da reinfallen. Oder sonstiges irgendwie. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich das vernünftig verschließe hier. So. Ach, ist das schön. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, wo wir bei Minecraft angefangen haben. Wo ich auch noch gar nicht meine Regato Game Capture Karte gehabt habe. Wo ich jedes Mal darauf achten musste, auf die Zeit. Und jetzt kann ich einfach aufnehmen und aufnehmen und aufnehmen. Und nichts hält mich daran auf. Weil im Prinzip könnte ich, ja, jetzt sage ich mal, die Festplatte volles aufnehmen. Und, äh, okay, wir haben nichts mehr an Dingen. Nehmen uns noch ein bisschen Erde mit hier. So, 13 Stück. Es wird schon wieder Nacht. Das heißt, wir werden mal gleich schlafen gehen, damit es schneller vorbei geht. Oder wir arbeiten einfach die Nacht durch. Wir arbeiten die Nacht durch. So. Das kann dann eigentlich im Prinzip auch weg. Weil die Erhöhung brauchen wir ja nicht mehr. Sehr schön. Da ist noch ein Durchgang. Den machen wir auch noch zu. So. Dürfen wir nur nicht vergessen, dass hier drunter die Höhle ist. Weil sonst wäre es echt, echt schlecht. Werden wir überlegen, machen wir die Nacht durch, oder? Ich glaube, ja, komm. Machen die Nacht durch. So, jetzt werde ich aber trotzdem nochmal hier aufmachen. Ungefähr den Anbau nochmal so ein bisschen... ...bisschen umdenken, umplanen. Vielleicht mache ich es doch so, dass das Fenster einfach dazwischen bleibt. Dass wir hier vielleicht... Vielleicht machen wir hier so eine Abstellkammer oder... ...oder keine Ahnung. So, mal schauen. Huch. Das war zu weit. Dann doch schon nach hier. Mein Gott. Das ist überhaupt nicht übertrieben, wie ich hier meine Ranch baue. Vollendlich. Meine Ranch, vollendlich. So. Das gefällt mir irgendwie noch nicht, bin ich ganz ehrlich. So. Ich glaube, das sieht schon ein bisschen ordentlicher aus, wenn ich jetzt mal hier... Okay. Stimmt, da war ja was. Das meinte ich eigentlich mit, dass wir da uns daran erinnern, dass da unten die Höhle war. So. Aber jetzt, genau. Das ist auch viel, viel besser. Und vorhin haben wir viel, viel mehr Raum auch, generell. Uaaaaah. Uaaaaah. Iiiiii. Quik, 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 quik. Gott sei Dank. So. Da geht es schon los. Das ist... Das ist so in der Nacht, wo man dann so... Hm, ja. So. Wo ich dann echt am überlegen bin, ob wir wirklich nachts arbeiten oder nicht. Ist es denn jetzt schon hier... Uaaaaah. Ich hasse Spinnen, die sind so eklig Mann Der ist fertig, ne? Ja, sehr schön Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir erstmal Platz schaffen Das war erstmal eine Hier ist die Krimskramstruhe Da werden wir mal Die Setzlinge da hin machen Dann werden wir hin machen, vor allen Dingen Ach komm, die Tür packen wir mit da rein Wir müssen sowieso, so oder so Müssen wir eine Truhe richtig voll klatschen Denn wir müssen ja dann irgendwann Die Sachen auch mitnehmen und umpopeln Umbasteln Denn Es ist ja irgendwann so weit, da müssen wir ja umziehen Oder beziehungsweise nicht umziehen, sondern wir müssen ja Irgendwann Ähm, müssen wir Hä? Ich hatte doch irgendwo schon Redstone, oder? Bin ich jetzt Hä? Hatte ich nicht irgendwo eine Kiste, wo schon Redstone drin war? Dann packen wir das hier rein Ach ja, stimmt Ich hatte ja eine Kiste ja leer gemacht, wo Redstone drin war Stimmt ja Ich hab da schon wieder alles vergessen Ist ja unfassbar So, dann machen wir die Kiste ja auch mal voll damit Und, ähm Weil wir ja auch demnächst Wie ich schon sagte Umziehen müssen Määh So, und um was mitten zu nehmen Müssen wir ja Platz schaffen Na So Das nehmen wir auch noch mit Sehr schön Jetzt können wir nämlich hier den Ofen mitnehmen Dann haben wir nämlich hier auch schon mal Alles so weit weg Oh, ein Skelett Ich glaub, ich geh doch schlafen Dann ist das schneller um So Ich hab jetzt die Tür aufgelassen Ich hoffe, das stört jetzt nicht Naja So, ein nächster Morgen Äh, der neue Morgen ist da Und wir werden Und er fängt an zu brennen Und wir werden natürlich weiter arbeiten Mh Ich bin kurz am überlegen Ob wir mit der Werkbank Nicht mal kurz schauen Ob wir mit den Steinen Was machen können So Oh Nein, 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 nein Der soll verschwinden Der soll bloß verschwinden Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Lass mich 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 Hier Bam So Noch ein Schwein. Guck mal einen an. Lecker Schweinsbraten. Schweinsbraten. Neu. Jetzt neu von Seidemacher. Wer kennt das nicht? Dämliche Werbung. Mein Gott. Neu Seidemacher. So, wo haben wir denn jetzt? Muss ich mal schauen. Wo haben wir denn? Stein. Stein, Stein, Stein. Stein auf Stein. Stein auf Stein. Das Häuschen wird bald fertig sein. Konnten wir denn mit Stein nicht noch irgendwie was was anderes zaubern? Steinziegel. Ähm. Verstehe ich nicht. Steintreppe kann ich bauen. Das brauche ich aber nicht. Da brauche ich Backsteine für. Hm. Das gibt vier Stück, wenn man was beschreibe mal eben gut schauen. Hergestellte Steinblöcken findet man oft in Festungen, Zutaten, Stein. Was habe ich denn hier drin? Was ist das denn? Ach, Pflasterstein. Ja, aber Stein kann man doch auch erstellen, oder irre ich mich da jetzt? Konnte man nicht auch Pflaster... Okay. Hm. Das ist ganz schön äh, kostenaufwendig, finde ich. So. Ja, da müssen wir jetzt erstmal schauen. Wir haben ja noch genug Stein zum abbauen. Auch da hinten noch sehe ich Stein. Wir können auch einfach bei den Nachbarn klauen. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich weiß gar nicht, wie fangen wir denn jetzt weiter an? Wie machen wir denn... Weil hier ist ja der Höhleneingang, ne? Deswegen würde ich sagen, dass wir dann hier nochmal eine Tür zaubern. Hier werden wir eine Tür machen. Und wir werden... Ich glaube, ich habe auch Kies gesammelt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich hätte... Ich meine, ich hätte Kies gesammelt. So, ähm... Was wollte ich denn gesagt haben? Achso, ja. Viele von euch haben sich ja gefragt, wann geht es endlich weiter mit Minecraft? Äh, seht ihr so gerne Minecraft hier bei mir. Und jetzt geht es endlich weiter. Ihr dürft euch also freuen. Es geht endlich weiter. Endlich, nach einer sehr, sehr langen Pause geht es nun endlich weiter. Ja. So. Also. Ich schaue mal eben wegen Kies. Guck mal, der Laminatverleger Ingo hat hier ganz vergessen weiterzulegen. Einfach um den Ofen drum herum gebaut hat er. Er sollte sich was schämen. Mist, so viel Kies habe ich gar nicht mehr. Verdammt. Ich glaube, ich sollte schauen, dass ich irgendwo irgendwo Kies herbekomme. Da haben wir auch nochmal Pflasterstein. Ich habe schon wieder Krimskrams in der Tasche. Das ist unfassbar. Wie viel vor allem auch. so das müssen wir noch grillen so das kommt dahin das kommt dahin ich sage ich bin ein total ordentlicher mensch das ist nun mal so leider leider so was heißt leider ist ja schön so war das kiesbett denn ich möchte gerne hier ein kiesweg machen nach dahin gucken wir mal schauen ob wir mal irgendwo auf die schnelle mal eben kies finden aber ich glaube doch da ist kies ich sehe schon kies jede menge kies alter wo kommst du her geh weg alter hat er mich jetzt erschrocken was geh weg geh weg geh doch 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 weg verdammt jetzt mal wieder hier mein schnitzel knuspern knusper knusper knäuschen wer knuspert an mein häuschen jede menge kies jede menge kies 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 so extended mundgeräusch war das so ich glaube das reicht erstmal ein kies 33 dürfte eigentlich reichen ein schöner kies weg den wir hier machen ich glaube ich mache da eine doppeltür rein das sieht irgendwie besser aus dann so warte mal ja das sieht viel viel besser aus so ich glaube ja so jetzt mal kurz gucken noch die facke noch einmal auspacken so viele sachen hier drin so zack ja das ist sehr schön vielleicht machen und sauen drum mal gucken weiß ich noch nicht weiß ich noch nicht weiß ich noch nicht weiß ich noch nicht mal gucken will ich hier noch einen eingang haben und dann mache ich das zu überlegen ob ich das einfach zu baue jetzt habe ich wollen wir nur noch vier erde vier erde 44 folgen 44 erde aber wir haben noch genug erde bei uns im ich glaube ich habe ein pfeil im kopf ja das ja ich weiß nicht warum also so so da man noch ein bisschen erde noch mal ein bisschen erde ich möchte gerne da so ein bisschen so wie so einen richtigen höhleneingang bauen mit der erde so und dann fangen wir an hier weiter an dem haus zu basteln das ist irgendwie überhaupt nicht übertrieben was ich mir vorstelle das kommt weg das kommt auch weg so meine dass man nicht die blumen so umbauen kann so so nein egal wir haben genug erde parat so und zwar möchte ich gerne das so haben hier so 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 genau dann möchte ich das so 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 ja sehr schön genau so soll das sein aber ich glaube ja kleinen moment ich bin da doch nicht so ganz schlüssig wie ich habe zwar eine idee im kopf aber klein das war falsch aber das könnte funktionieren wie ich mir das vorstelle ja genau so so habe ich mir das vorgestellt der könnte aber auch ein bisschen anders sein so mal gucken weiß vielleicht nicht so interessant vielleicht aber doch na müssen wir mal gucken ähm määh huah nicht da runterfallen so keine erde mehr kein problem wir haben noch genug erde so das muss auch zu so ja das sieht schon viel viel besser aus definitiv so dann werden wir nämlich da so habe ich mir das vorgestellt fackeln machen so 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 voll übertrieben volles rohr übertrieben aber egal aber überhaupt nicht übertrieben überhaupt nicht übertrieben dass man sieht dass da der höhleneingang ist dann werden wir uns noch vielleicht nochmal ein bisschen hier so drumrum bauen ein klein wenig damit das so aussieht als würde das als würde das dazugehören huch so sehr schön genau na bist du wohl ja das sieht doch super aus geil cool gefällt mir müssen wir mal schauen vielleicht überdache ich das auch noch ich weiß es noch nicht müssen wir mal gucken müssen wir mal schauen auf jeden Fall ja das soll es erstmal wie gesagt gewesen sein wieder für diese Folge ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet wenn es wieder heißt let's play minecraft hier mit dem flexi und ja wir sehen uns demnächst wieder also macht's gut ciao